Deinen ersten Titel hast du vor 15 Jahren gewonnen. Die Europa League hieß da noch UEFA Cup. Heute spielst du für denselben Verein wie damals. Es ist der Verein deiner Jugend, den du nur einmal für vier Jahre verlassen hast. Diese Entscheidung dürftest du auf jeden Fall nicht bereuen, denn auf der Insel hast du die einzige Meisterschaft deiner Karriere gewonnen. Mit vier Toren und sieben Vorlagen hattest du darin auf jeden Fall auch deinen Anteil. Allerdings, was dir immer vorgeworfen wurde, war die fehlende Torgefahr. Zumindest für den rechten Flügelspieler. Heute ist es kein Thema mehr, beenden wirst du deine Karriere nämlich als rechter Verteidiger. Und da zählst du selbst mit 36 Jahren noch zu den Besten deines Fachs. Mehr als du flankt im Grunde nur Philipp Kostic. Und deine Flanken sind nicht nur gut, sondern wichtig. Beim Europa League Triumph 2020 hast du genau zwei Tore vorbereitet. Eins im Halbfinale und eins im Finale. Wie es sich für einen Kapitän eben gehört. Europameister, Weltmeister und die schönsten Augen im Weltfußball. Du bist die lebende Legende des FC Sevilla. Du bist Jesus Navas.